da habe ich mir echt jetzt überlegt, soll ich mir jetzt erst noch ein schwarzes Hemd anziehen oder vielleicht noch so ein Sakko oder mit Ernstsack, aber weißt du was, nee, komm, das wäre ja alles wieder Verstellerei. Hört euch mal an, was die, ach ja, ich glaube, sie meint es ja gut, ja, beim Herrn Lanz, die Gilda, ist ja auch eine Nette, aber, ja, hören wir mal rein. Also dieses Deutschland, den deutschen Ausländer raus, das ist ja sehr klar. Es muss aber nicht immer alles klar sein, was aber inhaltlich gleich ist und ich habe eben auch das Beispiel gebracht, die Forderung, nur als Beispiel der CDU, CSU, dass man Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft, wenn sie bestimmte Straftaten begehen, die deutsche Staatsangehörigkeit entzieht. Ja. Das geht also nur, wenn sie zwei Staatsbürgerschaften haben, sonst geht es ja nicht. Das bedeutet, dass bestimmte Menschen mit einer bestimmten Herkunft nie echt deutsch sind. Ja, das ist auch richtig. Also normal. Wenn ich jetzt als Nordrhein-Westfale nach Gretziel ziehe, dann werde ich, egal wie lange ich in Gretziel lebe, immer der sein, ja, das ist ja aus dem Pott. Auch wenn ich einen Pass für Ostfriesland habe oder wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Das ist auch nicht schlimm. Es sei denn, man redet sich da schlimm. Aber das ist völlig normal. Sie sind immer deutsch auf Bewährung. Ich habe zufällig eine deutsche Staatsbürgerschaft. Wenn ich jetzt irgendwie was falsch machen würde, dann würde mir der deutsche Pass entzogen. Ja. Das ist ja auch, wie gesagt, komplett richtig so. Du kannst dich ja dazu entscheiden, die Staatsbürgerschaft des Landes, aus welchem du gekommen bist, aufzugeben. Ich könnte ja auch meine Staatsbürgerschaft in Deutschland ablegen und die amerikanische hier annehmen. Möchte ich aber nicht. Ich habe die amerikanische Staatsbürgerschaft angeboten bekommen. Also ich könnte sie erlangen, will sie aber nicht. So, wenn ich jetzt hier Mist baue, müsste ich wieder zurück nach Deutschland. Ja. Damit muss ich dann halt leben. Würde ich die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben und die amerikanische annehmen, ja, dann gibt es halt andere Strafen, wenn ich mich daneben benehme. Dann muss ich ins Gefängnis. Völlig normal. Na? Und das ist nichts anderes als die Trennung von echten Deutschen und nicht echten Deutschen. Was macht die denn da für ein Fass auf? Ja, das ist nun mal so. Du bist entweder echter Bayer oder nicht? Oder echter Fräse oder nicht? Oder echter Deutscher oder nicht? Also das ist auch kein Problem. Also wenn jetzt sagen wir mal ein afrikanisch gelesener Mensch in Deutschland geboren wird und dann da ganz normal aufwächst mit dem Deutschen passt, dann ist der Deutscher. Ob das jetzt, ob der jetzt einen dunklen oder einen hellen Trenn hat, ist egal. Wenn jemand aber aus, nehmen wir mal an, Syrien nach Deutschland kommt und dann irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft auch noch erlangt, dann ist er trotzdem kein Deutscher. Es ist genau wie mit den Amis hier. Wenn einer sagt, ja, vor 50 Generationen waren wir mal Iren. Also bin ich Ire. Nee, bist du nicht. Du bist Ire, wenn du in Scheißwetter, dein Leben lang in Scheißwetter aufwächst, in Wind und Regen. Das macht dich dann zu einem Iren. Und hier Musik und so weiter. Guinness trinken. Keine Ahnung, das ist halt ein Lebens, das ist aber auch nichts Schlimmes. Also das hat jetzt nichts mit Rassismus zu tun. Ich sag ja nicht, der ist schlechter, weil er Friese ist, der ist besser, weil er Sachse ist. Das wäre ja auch bescheuert. Na, komm. Und das ist nichts anderes als Deutschland den deutschen Ausländer raus. Es klingt nur viel, viel besser, es ist aber inhaltlich dasselbe. Da wird einem ja, sag mal, geht's noch. Also die redet da ein Unsinn, das gibt's überhaupt nicht. Das Problem, dass wir sowas haben, dass Leute das fröhlich rausbrüllen heutzutage ist, weil eine bestimmte politische Gruppierung alles als Nazi und rechts bezeichnet, alles was samstags den Rasen mäht oder wandern geht, ist ja mittlerweile rechts. Und irgendwann, das ist halt eben, wenn sich solche Begriffe dann aufweichen, das passiert dann eben. Dass der BWL, Justus und die Merle dann da auf Sylt rumstehen, sich besaufen und dann sowas singen. Ich glaube nicht, dass das Nazis sind, ich glaube auch nicht mal, dass das Rassisten sind. Die werden wahrscheinlich am nächsten Tag dann bei Giuseppe sich eine Pizza reinziehen und gar nichts Böses denken. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Vokies. Das habt ihr damit erreicht. Das kommt davon, wenn man diese Begriffe aufweicht. Es ist ganz, ganz einfach, sich von solchen Sachen zu distanzieren, aber zu schauen, wo sind denn diese rassistischen Narrative in uns, in der Politik, in den Medien, in der Gesellschaft. Ja, komm, gehen wir mal weiter. Ich habe mir das hier rausgesucht. Komm, hau rein. Wer bei uns leben will, muss auch mit uns leben wollen, muss unsere Werte, Gesetze, Normen akzeptieren und wer das Kalifat fordert, wer Antisemitismus unterstützt, der hat in Deutschland nichts verloren. Das ist die klare Aussage. Man hat da absolut recht. Auch wenn ich sonst den Herrn ein bisschen seltsam finde von der CDU oder CSU oder wie auch immer. Da kann ich nur zustimmen. Verhalten muss man ja sanktionieren, unabhängig davon, ob die Person jetzt zufällig zwei Pässe hat oder nicht. Aber das tun sie ja gerade nicht. Warum kommt das? Nee, das tut man doch. Nur wenn jemand zwei Pässe hat, dann hat man eben nur eine Bestrafungsform mehr. Man kann dann sagen, ja, wenn dir das hier so nicht gefällt und blablabla, dann gibst du mir den Pass wieder her. Solange der noch einen anderen Pass hat oder die. Wenn dem nicht so ist, ja, dann halt Knast. Kann er sie aussuchen oder sie sich aussuchen. Was schöner ist, entweder Knast oder du verlierst die Staatsbürgerschaft. Ist völlig legitim. Also ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Wenn einer wirklich hier in Deutschland rummarschiert und erzählt, juptiduptidu, ich hätte gerne das Kalifat, weil, weiß ich nicht warum, keiner, ich weiß, ich habe keine vernünftige Begründung dafür, dass man einen Kalifat habe. Die flüchten vor bestimmten Zuständen in ihren Ländern und wollen dann diesen Zustand hier oder in Deutschland zum alltäglichen Leben machen. Das ist ja Schwachsinn. Oder sie sind gar nicht geflohen und kommen nur wegen der Kohle. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die Sanktion, die Sie fordern, die bezieht sich halt nur auf eine bestimmte Gruppe von Leuten. Nein, wir sagen generell, dass natürlich Antisemitismus, auch radikaler Islamismus nicht geduldet werden kann, ganz egal, welche Staatsbürgerschaft dahinter steht. Da muss der Rechtsstaat mit voller Härte zugreifen. Aber bei denjenigen, die auch dann eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, kann man natürlich auch den Schritt weiter gehen und sagen, dann wird eben die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Ja, kann man, ganz genau. Übrigens, wenn jemand auch in Deutschland auch mit deutschem Pass sich hinstellt und ruft Yala Yala Intifada, verlange ich auch, dass die Leute genauso bestraft werden, die sich auf den Wochenmarkt stellen würden, also wenn sie das tun würden und schreien würden, tot allen Juden, vernichtet Israel. Das ist nämlich im Endeffekt das Gleiche. und also dürfte man an den Universitäten, könnte man da ja schon mal, die können dann ja von der Uni direkt in den Knast ziehen, die Leute, die das dann da skandiert haben. Und das klingt, das klingt so gut, wer nicht unsere Werte hat und wer den deutschen Rechtsstaat ablehnt, ist alles, alles klar. Was heißt das unten drunter? Das heißt, dass Menschen mit bestimmten Ethnien nie echt deutsch sein können in diesem Land. Das stimmt nicht. Das kommt auf die Kultur an. Das wird ja wahrscheinlich auch glatt sein, das ist halt auch wieder Unsinn. Das hättest du gerne, weil dann kommt diese Opferrolle so schön zum Tragen. So ist es aber nicht. Es kommt drauf an, nicht wo man herkommt, sondern wie man lebt. Das ist eine kulturelle Sache und keine ethnische Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann durchdrehe, keine Ahnung, und irgendwie, vielleicht reicht ja auch ein Like für den falschen Tweet, kann ja auch sein, das geht ja immer weiter. Also wegen einer, das ist ja jetzt, das ist ja auch Quatsch. Also deswegen wird keiner, wird keinem oder keiner, die, 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 der Passe entzogen, wenn man ein Tweet, öffentlich wird man dann hingerichtet auf Twitter oder wie der ganze Schmutz da heißt. Ja gut, damit muss er dann leben. Also das ist dann, kann ja nun Deutschland nichts für. Dann bin ich nicht mehr deutsch? Ja, wie gesagt, ob du dann nicht mehr deutsch bist, ist relativ irrelevant. wenn du halt eine Straftat begehst und hast zwei Pässe und bestehst die in Deutschland, dann kann man halt sagen, oder begehst die in Deutschland, kann man halt sagen, ja nö, tschüss. Ist halt so. Da kann man sich jetzt nicht, da kann man sich nicht großartig rauswinden und da irgendwie heuli heuli machen. Nee, also, wie gesagt, wenn man in Deutschland aufwächst, sollte man meiner Meinung nach eh nur einen Pass haben. Also, wenn die junge Dame in Deutschland geboren ist, dann ist sie eben Deutsche. sie wächst in Deutschland auf, geht in den deutschen Kindergarten, singt deutsche Kinderlieder, bla bla bla, isst gerne Schnitzel und Currywurst. Also, ist ja egal. Man kann auch Hummus essen und trotzdem deutsch sein oder Couscous oder sonst irgendwas oder Lamm oder Hamel. Wenn ich dann, also, es gibt da eigentlich keinen Grund, warum die Dame zwei Pässe haben sollte. Wenn jetzt aber jemand aus irgendwoher nach Deutschland kommt, dann nach einer Weile einen zweiten Pass bekommt, weil, wegen doppelter Staatsbürgerschaft und sich dann in Deutschland daneben benimmt, dann sollte es absolut legit sein, ja, wenn man den Staat ablehnt, dann brauche ich auch von diesem Staat den Pass nicht zu haben. Dann, warum bin ich dann Staatsbürger oder Bürgerin? Doch, finanzielle Gründe? Nein, das glaube ich nicht. Das wäre ja falsch. Das, was ich, das war das, was ich dazu sagen wollte, es fällt, mir fällt zu der Sendung bestimmt noch mehr ein, es geht ja auch noch um Israel, das ist ja auch noch so ein Lieblingsthema von mir, da gucke ich aber noch. Jetzt kommt erst mal Fußball. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020